Ja, Hero Zero im Jahre 2024, das wollte ich mir nicht hingehen lassen. Und deswegen, ja, mache ich ein kleines Video darüber, wie es denn aktuell bei Hero Zero so läuft. Also, ne, von dem Spiel allgemein, ich bin ja selber längst nicht mehr aktiv, ich glaube, seit letztes Jahr März ungefähr, also seitdem ich dann auch mit SF angefangen habe und ja auch angefangen habe, SF-Content zu machen, ne, für die, die es nicht wissen. Ich habe ja damals zwei, drei Jahre ohne Hero Zero-Content gemacht. Und joa, ne, bis ich dann halt irgendwann gewechselt bin. Aber labern wir nicht groß und fangen gleich an. So, mittlerweile hat Hero Zero 28 Server im deutschen Raum von der letzte am 27.03. dieses Jahres erschienen ist und in ungefähr sechs Monaten Abständen kommt immer jeweils ein Server. Finde ich eine gute Sache, könnte man eigentlich in SF auch so übernehmen. Zumindest, ja, ein bisschen erhöhen, vielleicht auf zwei, drei Monate statt nur sechs Wochen. Aber gut, ja, und wenn wir jetzt mal ganz runter scrollen, sehen wir, dass der Server 2100 Spiele hat. Und was im Vergleich zum neuesten SF-Server U11 halt, ja, selbst obwohl es EU11 ist, ist er sogar ein beliebter Server schon echt gering ist und zwar mit 48.000. Ja, schauen wir uns da mal einfach alle Spieler allgemein an. So, bevor ich euch die Gesamtanzahl von aktiven Charts zeige, hier nochmal kurz aus dem Schnitt. Quali kann ein bisschen scheiße sein, aber ja, wie auch immer, will ich euch nochmal zwei in Anführungszeichen starkes Server zeigen, beziehungsweise altes Server mit S20, der während Corona gestartetes Jubiläum-Server. Mittlerweile nur noch 86 Spieler und S1 der Release-Server mit nur noch, ja, unter 500 Spielern. Dann wiederum haben wir noch den inaktivsten Server, ja, von allen. Das ist Spanien 3 mit 20 Spielern. Damit kannst du halt nicht mal mehr ein gesamtes Team füllen. Und ja, ich denke, es ist klar, was gemeint ist mit, die Server sterben schnell aus, denn inaktiv wird Charts werden gelöscht und dann hast du recht schnell nach spätestens einem Jahr meistens nicht mal mehr 100 Spieler auf einem Server. Also nur nochmal kurz, fand ich wichtig als Vergleich, wie aktuell die alten Server aussehen. Und machen wir weiter, let's go. Schauen wir uns da mal einfach alle Spieler allgemein an, denn es gibt eine FVP-Rangliste, die sich jeden Mittwoch um 21 Uhr resetet. Und so, heute haben wir zufällig Mittwoch, also hatten die Leute auch die volle Zeit, ja, mindestens ein Duell zu machen, um in der Liste da zu sein. Und wenn wir jetzt mal ganz runterscrollen, haben wir knapp 26.000 Spieler bzw. Charaktere. Da können ja auch doppelte Charts drin sein, so. Ja, oder halt viele Scout-Charts natürlich auch, ne, so wie unter anderem auch meiner. Ja, aber gut, ja, ne, 26.000 Spieler ist halt so viel, wie, ne, es Erfalt an einem Server statt hat, bzw. noch ein bisschen weniger. Und ja, das zeigt halt so ein bisschen dieses Problem, was mich demotiviert hat, damals EuroZo zu spielen, dass das Spiel einfach tot ist. So, also da spielen extrem wenig 26.000 Spieler. Aktive Spieler ist an sich gar nicht schlecht. Aber das Problem ist, es sind halt eben keine aktiven Spieler, also da kannst du locker 20.000 nochmal abziehen, weil es halt irgendwelche inaktiven Charts sind, Scout-Charts, Leute, die sich hier nun wieder vielleicht mal einloggen. Deswegen, ja, das ist leider ein sehr großes Problem. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, warum Bethesda so viel erfolgreicher ist, obwohl es eigentlich, ja, zum Beispiel, ja, also, gut, was heißt mehr Pay-to-Win ist, ne? In EuroZo gibt es ein Endlos-Casino, das ist wie der LD, da kannst du dir quasi unendlich Alu erkaufen. Unendlich Gold erkaufen, dann endlich XP verkaufen. Was ja in das FBS ja noch nicht möglich war, also man konnte sich zwar Stats und alles erkaufen, aber so richtig XP war noch nicht möglich. Zumindest, klar, so einen kleinen Vorsprung, wo ja Dungeons legen, ne? Oder, was weiß ich, Akademie. Aber du konntest dir nicht richtig Erfahrungspunkte kaufen, außer vielleicht mit diesem 5-Euro-Paket zum Start, ne? Äh, oder? 5-Euro-10-Euro-Festungspaket. Und das große Problem, denke ich mal, ist halt einfach natürlich die Zeit. So, in HeroZo haben wir halt einfach keine Sanduhren, wir haben sowas ähnliches, Batterien, aber die sind gecapped auf, ne? Am Anfang, glaube ich, 8 oder so. Und man kann sich da sogar tatsächlich ein paar mehr Payen für jeweils 100, 100 Zimmern-Erweiterung, dass man dann schlussendlich, glaube ich, 20 Stück am Tag benutzen kann. Ist, ja, also es sind halt 10 Quests, die du was skippen kannst. So, leider reicht das halt lange nicht, um deine Alu zu zocken, und erst recht nicht, um da noch zusätzlich die Trainingsanheiten zu machen. Sprich, selbst, wenn du dir die vollen Batterien holst, für, ich weiß gar nicht, 20 Euro sind's, glaube ich, die volle Erweiterung. Musst du halt immer noch ein paar Stunden da auf jeden Fall dran sitzen. Spielen willst du dann in Welle vielleicht machen, zum Min-Maxen, Versteckkämpfe und so weiter. Also, ja, in Hero Zero musst du tatsächlich, um perfekt zu spielen, viele Stunden an Park spielen, und ich denke, das ist für viele natürlich ein Duan im Auge. So, was ich gerade nochmal gesehen habe, auf dem neuesten Server gibt es trotzdem 11 Teams mit Vollausbau, was halt auch ziemlich teuer ist im Vergleich zu SF, da kostet's ja, ich weiß gar nicht, jeder muss ungefähr ein Fünfer oder so investieren halt, ne, in die Gelderausbauten. Dann hat man schon den Vollausbau. Also, in Hero Zero ist das Ganze ein bisschen teurer, da kostet ein komplettes Team-Follows-Amount 600 Euro umgerechnet, also 11.000, ich weiß gar nicht, 650 Donuts. Also, ja, auf jeden Fall auch ein teurer Spaß, und das halt auf 30 Leute sogar nur aufgeteilt. Also, ja, ne, auf jeden Fall schon deutlich teurer. Und trotzdem sind tatsächlich 11 Teams, ja, fast 11 Teams-Follows gebaut, was halt auch umgerechnet fast 6.600 Euro sind, die dann nur durch die Teams eingenommen wurde. Ausgenommen, ja, kann man doch auch so sagen. Ähm, plus natürlich die Team-Booster und so, ne, da kannst du auch monatlich oder eher gesagt wöchentlich nochmal jeweils 69 pro Booster, es gibt da ein Stück einzahlen, um eben halt deine Missionen zu verkürzen oder deine Duell-Belohnungen zu erhöhen, also sowas wie Arena-Kämpfe, oder eben noch, ne, halt mehr Trainingseinheiten. So, was vielleicht auch noch ein weiteres Problem sein könnte, wenn wir jetzt mal ins Forum gehen, sehen wir, dass es tatsächlich dieses Jahr nur zwei ganze Wartungsarbeiten gab. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile Mitte April, das geht schon langsam auf Mai zu, also, ja, schon vier, fünf Monate langsam. Und, ja, es kamen halt nur zwei Updates und die zwei Updates, ja, was soll ich sagen, zusammengefasst, ja, kann man jetzt mehr im Vita-Platz kaufen, man hat ein Emoji, vier neue Emojis darunter, halt ein Kaffee-Emoji. Ja, ist ganz cool, ist ganz nett, aber es halt, ja, ne, ändert nichts am Gameplay. Okay, sprich, ja, zwei Updates, die halt wirklich ziemlich gering sind und das halt Anfang des Jahres, ist halt schon echt, ja, halt ziemlich nichts, also, man bekommt wirklich wenig neuen Stuff. Und das ist ja sogar Sachen, bei denen sich DSF-Spieler beschweren, dass denen irgendwie Expedition nicht groß genug ist, dass es ja nur so klein ist und, äh, die machen ja nichts Neues, mal kurz, Expedition ist ja schnell hingekackt und so. Es ist schon, ja, ich bin halt Hero Zero gewohnt, wo halt das die Updates sind, wo man mal einen neuen Emoji halt in den Chat reinhauen kann und da finde ich so eine neue, ähm, Daily-Task-List oder Expedition oder auch neue Idee nicht halt übergeil so und die Leute sagen da, äh, scheiße und so. Ja, ne, ist halt natürlich, ich bin da halt nicht so verwöhnt, aber gut, ja, ne, will das Fass hier gar nicht aufmachen. Aber ja, was kann ich abschließend dazu sagen, Hero Zero macht halt immer noch ziemlich wenig Updates beziehungsweise bringt keinen richtigen Inhalt in den Updates. Meiner Meinung nach natürlich. So, des Weiteren wurden die krassen Pay-to-win-Sachen halt immer noch nicht irgendwie mal geändert oder reduziert, wie zum Beispiel das Endlos-Casino. Da kannst du dir halt unendlich Alu, also Energie, kaufen. Kannst dir unendlich XP kaufen, das ist wirklich unendlich. Es gibt da keinen mehr, das ist auch nicht irgendwann reduziert. Du kannst den aber wirklich unendlich kaufen, so. Ähm, ich hab's ja zum Teil auch gemacht und, ja, das Spiel war elf Jahre oder so schon halt. Ich hab irgendwie nach neun Jahren auf den Server angefangen, war dann Top 3 in Deutschland, weil ich umgerechnet irgendwie 15.000 Euro oder so in dieses Casino gesteckt hab und damit übertrieben viele Leute eingeholt hab. Also wirklich extrem krass. So, was kann ich noch sagen? Ja, es wurde auch immer noch nicht behoben, so, dass man vielleicht irgendwie ein bisschen weniger Zeit investieren musste. Ja, es gibt die Batterien und die wurden irgendwann auch erhöht, aber 20 Batterien am Tag sind halt immer noch nicht genug. Vor allem, weil man die ja meistens irgendwie doch für Schurken oder so raushaut. Deswegen, ja, ne, zeittechnisch ist es halt immer noch viel zu viel. Also in der heutigen Zeit, wo alle Menschen hasseln wollen, wo alle Menschen, ne, möglichst erfolgreich sein wollen, und Karriere machen, hat halt keiner mehr Bock, irgendwie, weiß ich nicht, 4-5 Stunden da jeden Tag zu zocken und wirklich jeden Tag. Und was ich sogar mitbekommen habe, zuerst 27 soll so ein Endlos-Case, also was wie Neldi, zum Server-Start gegeben haben. Aber gut, was soll ich sagen? Ich find's schon ziemlich schade, weil ich hab wirklich ne gute Zeit in Heroes Room gehabt, viele Leute kennengelernt, die auch U8 bei mir zocken, also echt sehr, sehr viele gute Kollegen, die ich mittlerweile seit 4-5 Jahren kenne. Grüße gehen da auch aus und scharfe. Aber ja, ne, kann's eben nichts machen. Ich bin gespannt, ich werde euch auf den Laufenden halten. Bedankt mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.